moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz easy mark fürst des blutes besiegen könnt und seinen sperr bekommen könnt leute jedoch braucht ihr hierfür ein item und zwar mocks kette und hier zeige ich euch erstmal wo ihr die kette bekommt und zwar müsst ihr hier zu den katakomben von leyendell wenn ihr dann hier seid geht ihr die treppen hoch dort oben geht die einmal direkt nach links leute und dort befindet sich auch ein gegner den könnt ihr auch platt machen wenn ihr wollt und ich zeige euch mal wie schnell das geht hier mit dem sperren natürlich habe ich hier noch auf plus zehn gelevelt schon und das gute an dem spaß hat auch eine gute range wie ihr seht wenn ich jetzt hier nach hinten geht hätte ich den trotzdem leute so wenn ich den dann besiegt habt dann läuft hier rein und danach geht nach rechts und dort wo dieses wasser so runter fließt befindet sich das item genau hier beim blutfleck bei mir ist es jetzt nicht da leute aber falls ihr das noch nicht aufgehoben habt dann wird da auf jeden fall das item am blutfleck sein ich zeige euch das item noch mal und zwar ist das hier mocks kette so leute wenn ihr dann beim boss fight seid stellt euch hier an die nebelwand benutzt das teil dreimal seine kette danach wartet ein paar sekunden bevor ihr in den boss fight rein geht weil die kette muss erst wirken und nach ein paar sekunden könnte dann in den raum reingehen und ihr werdet sehen dass der boss eingefroren ist jetzt könnt ihr einfach vor ihnen gehen und ihn schlagen aber ihr müsst aufpassen leute ihr dürft ihn nicht stagern das heißt er darf nicht in die knie fallen diese animation darf nicht kommen und das macht ihr am besten wenn ihnen erstmal nur so ein paar hits gibt dann wartet ihr am besten so zehn bis 15 sekunden schlägt den wieder ein paar mal und wiederholt das ganze dann weil wenn ihr einfach so drauf los hämmert dann stagert ihr ihn und danach ist er nicht mehr festgekettet und er wird euch auch angreifen und wenn ihr ihn dann besiegt habt leute dann bekommt ihr seine rune und sein echo hiermit könnt ihr jetzt zur tafel der gnade gehen zu der süßen frau hier nach oben und mit seinem echo könnt ihr euch dann seinen sperr holen so leute das war's damit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben und nichts mehr verpassen wollen können jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktiviert um immer auf den neuesten stand zu bleiben viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal 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 ich bin die Vielen Dank. 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 Don't... Oh... Oh... ... 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